Präsentiert von provideo-podcast.de, Ihr ProfiCast für bewegte Bilder. Eine Vielzahl von Projekten benötigt Motion Tracking. In diesem Video stellt Ihnen der Trainer diese Funktionalität vor. Das Zusatzmodul MOCA ist in der Lage Motion Tracking Daten zu analysieren und dann AFDE-Effekts zurückzugeben. In der neuen Version lassen sich damit auch Maskierungen an AFDE-Effekts übergeben. Legen wir mal ein neues MOCA-Projekt an. Ein neues Projekt habe ich ausgewählt. Ich importiere jetzt hier den Clip, den wir eben in AFDE-Effekts gesehen haben. Und wir starten das Ganze mal. Als allererstes möchte ich hier eine neue Maske erzeugen. Wir nehmen dazu das Spline-Werkzeug und erzeugen hier mal die entsprechenden Anfasser. Also fahren wir unseren Bewegungspfad hier entlang. Das Ganze kann man natürlich im Nachhinein auch noch verfeinern. Ich mache das jetzt einfach erstmal grob. Hier zum Beispiel sehen wir schon, dass die Kante nicht so ganz passt. Und vielleicht verschieben wir den Anfasser hier nochmal so ein bisschen. Okay. Und diesen Bereich hier. Maskiere ich auch. Wenn ich jetzt am Ende angekommen bin, schließe ich meinen Pfad entsprechend. Hier können wir vielleicht noch ein paar kleine Anpassungen machen an die Maske, damit die etwas besser den Freisteller nachher berechnen kann, dass das ein bisschen genauer passt mit den Anfassern hier. Okay. Ja, jetzt lassen wir das Ganze mal analysieren. Wir gehen also hier auf Vorwärts tracken. Wir sehen, wir haben hier jetzt einen neuen Layer hinzugefügt. Wir tracken das Ganze mal und beobachten jetzt, wie sozusagen Mocha die Pfade hier Bild für Bild verfolgt. Wenn also die Bewegung im Clip stattfindet, ist dann meine Maske jeweils neu analysiert und berechnet. Mocha berechnet das Ganze ebenfalls in 64 Bit. Also gerade bei HD Auflösung eben auch ganz praktisch. Und wir lassen jetzt einfach mal ein paar Frames hier berechnen. Wenn ich zwischendurch Fehler feststelle, dann ist es vielleicht sinnvoll hier reinzugehen und den Spline nochmal zu korrigieren. Ich hoffe nachher ist die Bewegung schnell genug, dass man den Daumen nachher nicht mehr sehen wird. Sonst muss ich da entspannen die Maske vielleicht noch in After Effects überarbeiten. Interessant ist auch das Ergebnis, wie Mocha hier Elemente berechnet, die sich außerhalb des Bildschirms berechnen, die mit in die Kalkulation der Maske trotzdem noch mit aufnehmen kann. Das ist dann interessant, wenn später das Objekt sich zurück bewegt. So, hier merken wir jetzt, das Tracking-Ergebnis wird nicht mehr sehr sauber. Da unten hat er zum Beispiel jetzt einen Bereich, den er nicht vernünftig erkannt hat. Da muss man dann entsprechend ein wenig nachhelfen hier. Und auf Basis der korrigierten Informationen, die wir jetzt hier haben, weiterrechnen lassen. Das halten wir auch hier nochmal an. Verschieben auch da jetzt nochmal die einzelnen Anfasser ein wenig, um hier entsprechend nachbessern zu können. Okay, jetzt bin ich im Großen und Ganzen mit dem Ergebnis soweit zufrieden. Die Information möchte ich jetzt an After Effects übergeben. Das heißt, ich habe jetzt hier mal die erste Sekunde oder fast die erste Sekunde berechnet an Bildern. Und wir haben die Möglichkeit, wie in After Effects CS4 die Tracking-Daten zu exportieren. In meinem Fall interessiere ich mich aber mehr für die Shape-Daten, also für die Kontur, die ich jetzt hier habe. Also sage ich hier Export Shape Data und kopiere das in die Zwischenablage. Damit können wir jetzt zurückgehen zu After Effects und wählen jetzt hier entsprechend unsere Ebene aus. Auf zwei Arten kann ich diese Information nun hinzufügen. Auf der einen Seite kann ich hier auf Bearbeiten gehen, Paste Mocker Mask. Das fügt jetzt das Ganze wirklich als Maske hinzu. Ich kann die Maske gerne mal einblenden. Dann sehe ich, habe ich jetzt hier entsprechend eine animierte Maske. Das ist natürlich jetzt hier, dadurch, dass ich die Punkte verschoben habe, nicht wirklich sinnvoll. Das kann man dann machen, wenn man die Maskenpunkte nicht animiert. Also machen wir das nochmal rückgängig. Es gibt hier einen wesentlich besseren Weg, nämlich einfach die Daten einzufügen. In dem Fall nämlich generiert er hier mir einen Effekt. Gehen wir da mal rauf. Das ist in der Layer 1, der Mocker-Effekt, den ich hier in After Effects habe. Und er nimmt jetzt hier den Namen meiner Ebene in Mocker. Und wir nehmen mal nur die erste Sekunde, die wir berechnet haben. Klicken mal hier auf RAM-Vorschau. Und wir können sehen, dadurch habe ich jetzt hier eben eine animierte Maske aus Mocker übernommen. Das kann man natürlich noch optimieren. Es gibt ja in After Effects den Filter Maske verbessern, den ich hier noch hinzufügen kann. Der jetzt dafür sorgt, dass hier die Maskenkanten noch ein bisschen abgerundet werden. Dass ich hier eine weiche Kante hinzugefügt bekomme. Damit ich das Ganze nochmal unterfüllen kann, um hier so Kanteffekte rauszuschneiden. Wenn ich möchte, lassen wir das Ganze nochmal neu berechnen. Und hier sieht man jetzt, ob das mit dem Daumen nachher auffällt in der schnellen Bewegung oder nicht. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt die Information aus den Mocker-Maskendaten hier übernommen. Das Ganze sind Keyframes geworden. Hier in meinem Effekt-Layer 1 sehe ich, dass ich hier meine Shape-Daten habe. Das sind die individuellen Anpassungen, die ich ja in Mocker gemacht habe. Weiter unten habe ich die Möglichkeit, hier auch noch Informationen anzupassen. Wie zum Beispiel den Blend-Modus oder auch die Deckkraft dieses Effektes. Ich kann also ein Stück vom Hintergrund wieder einblenden, wenn ich möchte. Aber wir lassen das jetzt hier mal weg an der Stelle. Hier muss man dann natürlich doch ein bisschen vorsichtig sein im Zusammenspiel mit dem Filter Maske verbessern. Denn der macht jetzt hier etwas seltsame Ergebnisse, wenn er versucht die Maske zu optimieren, wenn ich die Deckkraft meiner ursprünglichen Ebene leicht wieder in das Bild reinlade. Also lassen wir das jetzt hier an der Schimp-Maske verbessern. Aber das ist eine schöne Sache, wenn Sie Objekte haben, die sich nicht gut freistellen lassen, vielleicht auch nicht gute Erfolge hier mit dem Rotopinsel-Wagzeug erzielen, dann können Sie eben Track Masken in Mocker hinzufügen und diese dann einfach auf die After Effects Ebene über den Menübefehl bearbeiten einfügen, hinzufügen. Das Ganze wie gesagt eben auch als Maske. Aber dann sollte man nicht unterschiedliche Maske-Animationen in Mocker erstellen, weil sonst stimmen die Übergänge nachher nicht zwischen den Masken-Keyframes hier. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.